Jo Leute was geht ab zu einem neuen Video und heute sind wir mal in Squad Basis drin ist ja aktuell das nächste Game von Supercell wie der ist heute rausgebracht und wie auch schon sagen wir gehen direkt mal rein ja haben wir was zum abholen ich war auch schon mal kurz drin hab's mal angeguckt aber ich find's Game auf jeden Fall sehr geil tatsächlich wunderbar warum ich 10.000 Münzen hab die hab ich vom Anfang bekommen die wir haben nur 6.000 Münzen und passen nicht so Kuhl Kuhl er hat immer sich ähnlich möglich wir sind uns vor Ort für 100 Euro und es ist gut Morgensamt Morgensamt mit der Füße ich möchte gern mit ihr habt ihr gesehen die Möte die Säule die Möse die Möse die Möse und die Säule die 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 So, den muss ich gefunden werden. Kampfbeginn steht da, okay. So, sanggewählen und ein Match zugewählen. Ja, kann ich auf jeden Fall. Schauen wir, als erstes nehmen wir Crick. Okay. Wir haben hier noch fliegen kurz, zum Anfang. Wir müssen von Anfang an die Art hochbauen. Ich merke, wenn man am anderen geht nach, dass man eigentlich keine Chance mehr hat. Ich habe schon gemerkt. Wir haben hier noch Crick. Und dann kann ich auch die goldenen Bäume abbauen. Die goldenen Bäume sind auf jeden Fall sehr OP. Dann haben wir noch zu Chess. Und jetzt auch hier, weil Tränen nicht mehr. Primo ist eigentlich auch gut. Wenn wir das Skelett haben, bekommen wir noch schön die Münzen. Und dann die Chess auch. Und dann kommt schnell die Münzen mit. Und dann noch Chess. Und dann kommen wir noch Crick. Und dann haben wir noch einmal da eins. Das geht. Und dann kommen wir mal zum goldenen Baum. Die kann ich erst zeigen mit Peter. Die sind hier zwei geworden. Dann bekommt man aus jedem Baum zwei solche Power-O-Q. Die sind hier mit Peter. Und dann noch Crack hier. Dann kann ich schnell die Bäume abbauen. Weiß ich, jetztjuincin. Ich muss auch schon mal machen. Wir sind hier mit Peter. 4er. 2er. 2er. 4er. 1. 2. 3. 3. 3. 4er. 2. 2. 3. 3. Es gibt das Spiel, 3 Menschen, die du du hast. Das sind auch schön viel. Die wir am siebten bleiben. Wir haben hier nur Chester gesungen. Nur noch Gold. Wir haben hier auch noch nicht gehabt. Wir haben hier die Mockchester. Wir haben hier den Drop. Immer noch siebter. 6er. Wir haben hier auch mehr geblieben. Ich hab den auch nicht gehabt. Aber aufhinein hab ich schon eine gute Armee. Und die goldenen Bomben hier. Ja, jetzt sind wir vier aus, ne? Wir haben vier. Ne, drei, die Wünste kommt und die Chess kommt. Oh, ne, fünf, sie ist sogar. Ja, zwei. Das ist schon echt leer. Dann haben wir noch eine Bombenzauber. Alles in Ordnung. Das ist eine gute Latte, Brille, aber sie ist ja nicht mehr so. Jetzt gehen wir mal wieder Chester. Dann gehen wir mal wieder. Dann gehen wir mal. Die Ziele direkt abgehört. Abwürdig ist der Bombenzauber. Schuh, jetzt war ich so viel zu krank. Dann gehen wir weiter mit. Dann gehen wir mal wieder. Dann gehen wir mal wieder. Dann gehen wir mal wieder. Jetzt packen wir mal. Schüss, weiter damit. Mich mäßt den zwei. Dann gehen wir mal wieder ab. Dann packen wir wieder. Oh, exhilar ocin. Der braucht nur jeden Kr odin. Die nicht einfach zu schützen. Los geht's durch. Das kommt nichts zu krank wohl wieder. Oh, hier coils. Ich krieg's nicht auf die 2. Ich krieg's nicht auf die 2. Komm schon. Ich bin wieder auf die Anzeige. 1. 2. 3. 2. 3. Okay, stehen wir ja nicht mehr weiter. Ich krieg's nicht mehr weiter. Oh, 180. Wir haben die. Ich krieg's nicht mehr weiter. Ich krieg's nicht mehr weiter. Ich krieg's nicht mehr. Oh, ich krieg's nicht mehr weiter. Ich krieg's nicht mehr weiter. Hier. Schau doch. Aber Trader bleibt trotzdem gut, finde ich. Man bekommt übrigens auch seine Luftflug, ja? Hier, Trader. Oh, ich krieg's nicht mehr weiter. 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 Oh, wir können uns gut machen. Komm. Wurzeln, Episch. Episch, gut. Was bekommen wir? Oh, ein neuer Charakter. Warne König. Ist der üble O.P. Mini-Barbwarnkönig. Ich musste rein fundamentals Moi mehr Gas gefangen. Das Lenksfon intat mir, das können sie auch nicht mehr halten können. Das Lenkmale hat zwei Johannes Koalig geometrinnen oder Merkologen. ock Förster. Etwa zu müssen ihrenQuery fährt damit. Aber alles schlechter Geld ist nicht mehr schnell was haltomma satellieren. Es geht in einer anderen Weise. Angelegenheit war anders. Ja! in dieser VIDEO Y Geld wurde, dass der Name auch der andere adolescent ist nicht mehr kaputt hat. Und sie einfach ''D Siens verge», die Türkiye 1 in deruxe lure vide reconoc. Das ist ein Video und ciao.